Wenn du das Glück hast, mit einer Partnerin, einem Partner in Beziehung zu sein, der dir auch zugewandt ist und auch bereit ist oder auch seine Bereitschaft bekundet hat, mit dir zusammen an dem Thema üben zu wollen, dann möchte ich dir hier in diesem Video Möglichkeiten vorstellen oder eine Möglichkeit vorstellen, was du dann tun könntest mit diesem Partner, dieser Partnerin zusammen. Wenn dich das interessiert, bleib dran, weil ich möchte dann dir auch hier konkrete Ideen geben, auch wie du mit deiner Partnerin kommunizieren kannst und was du tun kannst, um quasi auch deine Erektionsprobleme, deine Erektile Dysfunktion durch ein entsprechendes Übungsprogramm zu überwinden. Als erstes ist, finde ich, immer wichtig, dass du entsprechend mit deiner Partnerin, deinem Partner darüber sprichst. Ich habe in einem anderen Video auch schon deutlich gemacht, wie wichtig die Kommunikation ist, um eben auch deinen Performance-Druck abzubauen, um dir selber den Stress zu nehmen. An dieser Stelle würde ich dir empfehlen, vermittle deiner Partnerin, deinem Partner, dass du gerne Übungen machen möchtest. Das klingt manchmal ein bisschen upturnen, sage ich mal, gerade weil wir so die Vorstellungen haben, dass Sex ja immer was Spontanes sein muss und irgendwie wir dürfen nicht üben und Liebe drückt sich frei aus und im freien Fließen und ich weiß nicht was, in Leidenschaft oder sowas. Ja, aber mach ihr oder ihm deutlich, dass dir das wichtig ist, weil du eben auch sehr darunter leidest, wie es momentan für dich ist. Ja, dass du vielleicht auch dich irgendwo eingeschränkt fühlst, dass du darunter leidest, dass du eben nicht richtig erigieren kannst und dass du gerne andere Wege einschlagen möchtest. Und vielleicht auch dir wünschen würdest oder dass du dir wünschen würdest, dass dein Partner, deine Partnerin dabei ist, dich unterstützt. Und nicht nur das, das kann ich dir schon so am Rande mitteilen, wenn du dir zum Beispiel das Video mit deiner Partnerin, deinem Partner zusammen angucken solltest, ist mir nochmal wichtig, beide werden davon profitieren. Das ist jetzt nicht eine Übung wie, keine Ahnung, die nur einer Person da irgendwie hilft und die andere ist so Erfüllungsgehilfe oder Dienstleister. Nein, gerade die sexualtherapeutischen Methoden und Übungen haben in der Regel für beide großes Entwicklungspotenzial, weil beide da auch neue Ebenen in sich entdecken können, völlig neue Facetten, auch sexuelle Facetten entdecken können und eure Beziehung dadurch auch sich enorm vertiefen und bereichert werden kann. Also frag deine Partnerin, frag deinen Partner, vermittel am besten, dass es dir wichtig ist, auch dass es Dinge sein sollen, die euch beiden Spaß machen, die euch beiden halt neue Facetten vermitteln oder eröffnen werden. Ja, und dass du das gerne, diesen Entwicklungsprozess und diesen Weg gerne gemeinsam mit deiner Partnerin oder deinem Partner gemeinsam beschreiten möchtest. Wenn Zweifel bestehen, thematisiert die. Das heißt, wenn dein Partner, deine Partnerin Zweifel hat, ich hatte zum Beispiel mal eine Frau, die, also in der Therapie, die behauptet, ja, das wäre ja so, dann wäre sie irgendwie wie so die Krankenschwester oder sowas, ja. Wenn sowas der Fall ist, thematisiert das. Darum geht es natürlich nicht, ja, dass jemand hier jetzt irgendwie der reine Helfer ist, sondern beide werden davon profitieren. So, was kann ich empfehlen? Ich würde empfehlen, dass du zunächst mit deiner Partnerin, deinem Partner, drüber sprichst, was der Punkt ist, der dir die größten Sorgen bereitet. Ja, für viele Männer ist es das Eindringen zum Beispiel, ja, andere haben vielleicht so bestimmte Stellungen im Fokus und sagen, Mensch, ja, die Lieblingsstellung meiner Partnerin ist meinetwegen, keine Ahnung, ein bisschen Nasstellung, das macht mir große Probleme, weil dann gucke ich hier immer in die Augen oder irgend sowas. Das heißt, sprich am besten erstmal darüber, was dir große Sorgen bereitet, ja, damit du halt auch, also was für dich auch der neuralgische Punkt ist, an dem quasi auch deine Erregung, deine Erektion abkippt in der Regel, ja, sodass du quasi da auch deine Partnerin, deinen Partner mitnimmst. Ich würde euch dann empfehlen, mal das klassische sexualtherapeutische Programm auszuprobieren, das auch Sense8 Focus heißt. Sense8 Focus geht zurück auf Masters & Johnson. Masters & Johnson sind so die Pioniere der modernen Sexualtherapie, könnte man sagen, 1955 bis ungefähr Mitte der 80er Jahre geforscht haben die beiden in Amerika und die haben ein schrittweises Übungsprogramm entwickelt und dieses schrittweise Übungsprogramm hat die Idee, dass quasi du Angst und Druck überwindest, indem du dich ganz langsam von Stufe zu Stufe über ein Commitment von Stufe zu Stufe hochhangelst quasi, ja. Und Sense8 Focus beginnt sehr einfach mit Streicheln. Das bedeutet, in der ersten Phase habt ihr beide Unterwäsche an und eine Person streichelt die andere Person. Ja, nach 15 Minuten, ich würde euch empfehlen, mit 15 Minuten zu beginnen und danach zu wechseln. Ja, guckt vielleicht auch, dass ihr nicht am gleichen Tag wechselt, am Anfang, sondern vielleicht aufteilt in zwei Phasen und dann beginnst du zum Beispiel deine Partnerin zu streicheln, dann ist danach Pause, hätte ich fast gesagt, ja, dann tauscht ihr euch aus, auch darüber, welche Erfahrungen ihr gemacht habt und dann wechselt ihr die Rollen. In der zweiten Phase geht es dann darum, quasi sich nackt zu streicheln und auch die erogenen Zonen einzubeziehen, aber nicht zu stimulieren. Das heißt, dann beziehst du halt auch die Brüste zum Beispiel oder auch den Genitalbereich mit ein, aber ohne zu stimulieren. Hier geht es nicht darum, dass du jetzt hier jemandem gute Gefühle machst oder was weiß ich, irgendwie mit dem Finger eindringst oder was auch immer, sondern du streichelst ganz körperlich, ganzheitlich, erforscht halt quasi auch den Körper des anderen, ja, und erkundest den gesamten Körper und auch danach wieder gibt es einen Wechsel und einen Austausch. Das heißt, sprecht auch darüber, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Ja, das steigert sich das Ganze. Dann in der dritten Phase geht es halt schon darum, dass ihr euch nackt auch betrachtet und du halt auch den Genitalbereich deiner Partnerin, deines Partners anguckst und auch berührst, ja, auch hier wieder ein Wechsel, dann geht es in einer weiteren Stufe dann darum, dass du stimulierst und auch stimuliert wirst und dann die Erregung aber auch abklingen kann. Das bedeutet, dass du eben nicht irgendwie bis zum Orgasmus, bis zum Höhepunkt weiter stimulierst, sondern immer auch guckst, dass danach eine Entspannung stattfinden kann, dass die Erregung wieder abklingen kann, ja, und dass du quasi auch dieses Pendeln inzwischen Erregung, Stimulation und Abklingen für dich ausbalancieren und auch beobachten kannst. So, danach geht es in der nächsten Phase darum, dass dein Partner, deine Partnerin auch den Schwanz führt, deinen Schwanz führt, wenn du quasi erregt bist und auch wenn du nicht erregt bist und den entweder einführt, ja, ohne Druck, auch hier wieder, weil das ist eh die Grundlage dieses Trainingsprogramms, dass ihr erst dann auf eine andere Stufe geht, auf die höchstere Stufe geht, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr diese Stufe, die ihr bisher durchgeführt habt, stressfrei bewältigen könnt. Also wenn du jetzt merkst, okay, das würde mir jetzt totalen Stress machen, keine Sorge, ihr einigt euch jeweils im Gespräch darauf, ob ihr die nächste Stufe erreichen oder eingehen wollt oder ob ihr das erstmal so lassen wollt, wie es momentan ist. Danach gibt es in der sechsten Stufe die Möglichkeit, in verschiedenen Positionen spielerischen Sex zu haben, aber wie gesagt, das gesamte Trainingsprogramm habe ich nochmal in einem separaten Video erläutert, in weit ausreichenderer, umfassenderer Form. Hier ist mir nur wichtig, dass du, dass ihr quasi, wenn ihr euch darauf verständigen solltet, euch bereit macht auf eine gemeinsame Reise, ja, eine Exploration, die übrigens auch, wo ihr euch auch folgendes verständigt, nämlich, dass ihr während ihr dieses Programm durchführt, keinen Sex habt, heißt keine Peretration habt, weil damit nehmen wir nämlich den Druck raus und ihr könnt nämlich dann auf eine neue Ebene, ja, eure erotischen Spiele halt auch auf eine neue Ebene bringen, indem ihr euch exploriert, euch erforschen könnt, ohne den Druck, dass irgendwie danach was passieren muss, ja. Einigt euch auf eine Art von Sexlosigkeit in der Zeit und sprecht immer auch über eure persönlichen Erfahrungen während dieses Trainingsprozesses. Deine 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 Untertitelung des ZDF, 2020